... und sichert Daten für neue Missionen und Ziele. Rechnet mit Widerstand lokaler Einheiten. Achtet auf andere Operator im Gebiet. Digger ist das kalt, Alter, schmeckt es ein bisschen, ey. Der Rauch ist schon abgezogen. Passt. ULTR-1, den Daten zufolge hat Al-Katala atomhares Material versteckt. Bergt es und bringt es zur Extraktion. Die Standorte sind auf der Taktik-Karte. Die Standorte sind auf der Taktik-Karte. Die Standorte sind auf der Taktik-Karte. An alle Ultras, ihr habt wohl ein HRZ ausgeschaltet. Bestätigt seine Identität, um das Kopfgeld zu kassieren. Die Lauter hat direkt überschossen. Die feindlichen Informanten, Zahlung sichergestellt. Wir sind auf der Taktik-Karte. 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 Das war's. Ultra 1, wir orten das hochrangige Ziel. Bullfrog transportiert einen Lassenkörper in der Nähe eurer Position. Es liegt an euch, ob ihr eingreifen wollt. Ich habe was abgekriegt. Unterwegt. 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 Um 20%. weiter hier weiter hier weiter hier ich habe den Kee, eine Flasche Achtung, U-3, der eigentliche Kampfhubschrauber ist unterwegs zu euch. U-3, ihr Kommando, du näherst dich jetzt dem Ziel. Benutze Geigerzähler und durchsuche das Gebiet. U-3, Achtung, dein Geigerzähler registriert Strahlen. Ich habe was abgepickt. Schnellschutz! Fass doch aus! Stehe unter direktem Beschuss! Schnellschutz! Beute hier! Wir haben hier eine aktive Feldaufrüstung. Schnellschutz! Das war's. Was ist das? 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 Es ist das? Weitere aggregieren die Bestätigt den Abschluss und sichert euch die Zahlung. Munition hier! Ich hab eine. Mir fehlen noch 2.000. Ah, 200. Ok, cool. Hey, komm, sind zwei. Hast du nicht immer gleich mit? Was habt ihr geklebt? Ja. Brauche bitte Kalibert Munition. Unter 1 hier Kommando. Starker Wind trägt Strahlung heran. Mach dich zu einem Evakuierungspunkt auf. Markiere Exfiltrationszone. Markiere Exfiltrationszone. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Runde 1, die menschliche Bedrohung bei eurer Position ist moderat. Runde 1, die menschliche Bedrohung bei eurer Position ist moderat. Runde 1, die Gefahr ist Ultra 1, die Extraktion ist unterwegs. Ultra 1, Jadino 4, sind unterwegs zur Extraktion. Die Strahlung kommt näher. Bereithalten zum Ausrücken. Ultra 1, Jadino 4, wir nähern uns der Landeszone. Sichert! Auf eine Granate! Ultra 1, Jadino 4, wir sind bereit. Sofort zum Evakuierungspunkt begeben. Auf eine Granate! Ultra 1, mittlere Feindgefall im Einsatzgebiet. Ultra 1, mittlere Feindgefall im Einsatzgebiet. Auf eine Granate! Bis zum nächsten Mal.